Florian Silbereisen sorgt mit seiner Weihnachtsshow Alle singen Weihnachten für kontroverse Reaktionen. Während einige begeistert sind, wird die Show von anderen als Freakshow und grauenvoll kritisiert. Florian Silbereisen – Kritik für seine Show Alle singen Weihnachten Die Schlagerfans haben die Sendung schon mit Spannung erwartet. Am 18. Dezember 2023 präsentierte Florian Silbereisen – 42 – die weihnachtliche TV-Show Alle singen Weihnachten! Für dieses Event hat sich der Moderator Vereine, Chöre, Gruppen aus ganz Deutschland und diverse Schlagerstars wie beispielsweise Andrea Berg, Roland Kaiser und Semino Rossi eingelanden. Es wurde geplaudert, gesungen und vor allem gute Laune vor Ort verbreitet. Diese positive Stimmung ist leider aber nicht bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern zu Hause angekommen. Auf der Social-Mider-Plattform X, ehemals Twitter, wird Floris Show nämlich ganz schön zerrissen. So liest man Kommentare wie Was schaue ich da bloß? Es ist wie ein Fiebertraum. So stelle ich mir die Hölle vor. Es ist grauenvoll. All meine weihnachtliche sentimentale Stimmung ist dahin. Ich muss raus, das ist wirklich voll daneben. Das ist eine Freakshow. Das hat nichts mit Weihnachten zu tun. Eine Ego-Befriedigungs-Show für gewisse Sängerinnen und Sänger, die ohnehin ständig im TV sind. Und das ist mit Abstand die schrägste Weihnachts-Show, die ich jemals gesehen habe. Autsch! Doch glücklicherweise gibt es unterschiedliche Meinungen und der Traumschiff-Kapitän darf sich auch über einige positive Worte über seine Show freuen. Florian Silbereisen Es gibt auch positive Stimmen. Während die User auf X Florian Silbereisen und seine Weihnachtsshow zerrissen, waren die Fans dem Moderator auf Instagram mehr wohlgesonnen. Unter seinem Ankündigungsbeitrag für die Sendung liest man allerlei positive Worte. Die Show hat mir super gefallen. Wundervolle Kulisse, tolle Künstler. Florian ist mit großem Abstand mein Lieblings-Moderator überhaupt. Drei Stunden volle Power. Absolut bewundernswert und ein riesiges Talent. Danke von Herzen für den großartigen Abend. Kommentare wie Habs geliebt und Danke Florian für diese schöne Sendung folgten. Diese Komplimente gehen bei Silbereisen sicher runter wie Öl. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.